Herr Nürnberger, wir haben uns vorhin die Viper 223 Toxic angesehen. Ein sehr schnittiges, ein sehr schnelles Boot. Wie kommen Sie dazu, das zu bauen? Ja, wir bauen immer das, was der Markt von uns fordert. Und es hat sich herausgestellt, dass bei einem Boot, was speziell für den Kunden gefertigt wird, auch die Frage des Tempos ein ganz wichtiges Kriterium ist. Und wir haben uns entschieden, dieses Modell von einer Grundmotorisierung mit 220 PS bis zu einer sehr, sehr hohen Maximalmotorisierung von 380 PS zu liefern und zu bauen, damit der Kunde Spaß hat und über 60 Knoten schnell fahren kann. Das ist ja schon allerhand. Was bauen Sie noch für andere Modelle, größere Modelle, die vielleicht auch offshore gehen? Ja, wir haben einen größeren Bruder noch von diesem neuen Modell. Das nennt sich 283 Toxic. Das ist dann verfügbar mit einer Doppelmotorisierung bis zu 640 PS und hat etwa das gleiche Tempo, aber kann offshore genutzt werden, also auch bei höherem Wellengang. Ja, das klingt ja spannend. Wenn Sie vielleicht auch ein bisschen was zu Ihrer Firma, Europe Marine, erzählen. Man kennt ja im Motorbootmarkt die großen Hersteller. Europe Marine ist nicht so groß, aber trotzdem gibt es wahrscheinlich Spannendes zu berichten. Ja, wir produzieren jetzt mittlerweile seit 15 Jahren die Viper-Serie. Entstanden ist sie daraus, weil ein amerikanisches Produkt mit Kabine nicht mehr verfügbar war. Und dann haben wir uns entschieden, einfach die Sache selbst in die Hand zu nehmen und haben das erste Boot 1999 gebaut. Und heute haben wir eine Linie von insgesamt zehn verschiedenen Modellen und sind damit, denke ich, auch ganz erfolgreich am Markt. Wo geht es hin? Wie geht es weiter? Gut, es geht eigentlich momentan immer in die Richtung weiter. Die Hölzer werden edler, die Stoffe werden spezieller. Der Anspruch vom Kunden in Deutschland und auch in Europa wird immer höher und wir versuchen, diese Anforderungen gerecht zu werden und auch eventuell in naher Zukunft noch ein größeres Modell zu bauen mit etwa 35 Fuß, sprich 11 Meter Länge. Das ist dann für das Meer gedacht? Genau. Das ist dann für das Meer.